Jo Leute, willkommen, oh sorry, aber bei mir hat es gerade einen Creeper zerlegt. Hier mal 60 Abos Special, wow, ah, da hat es gerade einen Creeper zerlegt, ah, oh mei, kann man nichts machen, spinne, Hilfe, oh, Hilfe, bam, bam, die mache ich ablaut, das ist jetzt schlecht, scheiße. Ja, das ist jetzt eine etwas neuere Version von meiner Welt, weil, ich habe ein bisschen vorgearbeitet und das, wo haben wir uns jetzt genau, jetzt brauche ich bloß noch viel Sand, Sand haben wir genug, so, sehen wir uns einmal die Creeper da. Ich glaube, so geht das TNT, oder? Die machen wir jetzt bloß die Creeper. Oh, oh, oh. So, jetzt haben wir uns die Creeper da. Oh, mehr geht nicht, schade. Ich brauche. Flint genau, kann man so Feuerzeug bauen. Genau, und ich habe mir jetzt einfach einlassen, da wir mir vielleicht ein bisschen neu beginnen könnten. Deswegen, ja, schauen wir halt heute mal nicht so auf die Welt da. Du, 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 wo sind jetzt die? Huah. Huah. Muhaha. Die, du erwischt es gleich. Oh, ich glaube, den hat es sogar erwischt. Bam. Bam. Oh. Scheiße, scheiße, da muss ich aber viel richten dann noch. Ei, 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 ei. Ja, ja, da ist mein Zeug, das haben wir wieder erkämpft. Äh, jetzt werden wir auch gleich einmal ein bisschen in die Mine gehen. Da können wir ein bisschen... Da haben wir einen Haufen Arbeit, ne? Da müssen wir ein bisschen... Ah, scheiße. Stein. Stein, das ist gut. EPs. Da sind wir wenigstens wieder Level 6 da. Da habe ich auch noch Schwarzpulver, kann ich noch mehr bauen? Ah, da. Oh. So haben wir gedacht, heute sprengen wir ein bisschen in der Mine. Ah, da habe ich auch ein bisschen Redstone rumgeworfen. Hey, hey, hey. Temple Run. So. Schauen wir mal. Also, das ist jetzt die neueste Version von der Welt, auf der wir jetzt spielen. Haben wir gedacht, da bauen wir uns da ein bisschen weiter mal. So, jetzt muss ich aber schnell laufen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Jetzt irgendwie ungesunder. Oh. Aber jetzt glaube ich ein bisschen übertrieben. Da haben wir eine Hülle. Genau, da ist ja mein Aufgang. So, da sind wir jetzt. Überall Feuer. Hilfe, ich brenne. Au. 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 Halt ein Tier dabei. Ja. Ist ein bisschen gefährlich. Nicht, dass irgendwie ein... Irgendwo ein Reifeuer oder so. Oh. Oh, lecker. Kriegen wir Steine im ganzen Haufen da. Nehmen wir uns lieber mal ein Steinschwert. Enderman, du gehörst mir. Oder ich dir. Scheiße. Getreide, gleich aus Japan. Ich fahre jetzt was zum Futtern noch. Ich bin heute irgendwie gut gelaunt. Mit so der Musik kann man sogar tanzen. Hey, was ist denn da dahinter? Hallo. So, jetzt muss ich mir mal mein Zeug zurückholen. Samen brauchen wir jetzt im Moment nicht. Oh, jetzt müssen wir jetzt auch nicht mehr haben wir eh so viel. Wir haben eh so viel. Nehmen wir mal ein paar Steine mit, weil dann kann ich den Enderman selber. Oh, ich habe auch gar nichts mehr zum Kämpfen oder so. Auf geht's. Jetzt müssen wir uns ein bisschen be-ellen, dass wir da runterkommen. Au, das war jetzt ein bisschen tiefer vorne. Ah, genau, das war eher da vorne. Bam, 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 bam. Ich baue mir einen kleinen Weg und das Füße rein. Ah, wo war jetzt der Enderman da wieder? Ich glaube, der war woanders. Andy, Andy, Andy. Wo bist du? Wo bist du? Andy, ah, Spinne. Hilfe, 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 Hilfe. Ah, ich verkloppt jetzt sauber. Ah, oh. Ah, Mann, Alter. Ah ja, das Zeug habe ich mir jetzt noch mehr. Da habe ich jetzt keinen Bock, dass ich da wieder runterlaufe. Da habe ich nichts Wichtiges jetzt dabei. Bis auf die neuner Diamanten. So, wir bauen wir uns jetzt an unserer Wüste weiter. Da bauen wir jetzt gleich weiter, dass die Wüste einmal fertig wird. Ja, die sind immer noch so baufällig. Oh, Mann, Alter. Oh, Mann, Alter. So, jetzt laufen wir mal da rüber ein paar Mal an unserer Wüste weiter. So, fahren wir da mal weiter. Jetzt wären wir da nie fertig mit der Wüste. Ja, wir haben uns ja auch den Sand aus der Wüste geholt. Also, ich möchte jetzt nicht, dass das da so verschandelt aussieht. Ah ja, und jetzt war es es dann wieder mit meinem LP für heute. Und, ja, dann sehen wir uns höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge. Da werden wir aber dann nicht mehr Wüste weiter bauen. Da werden wir dann unser Zeug wiederholen. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, das bleibt eh. Dreiviertelstunde, oder bleibt das, glaube ich, liegen? Schwein. Komm her, komm her, da mal. Ah, Fleisch. Futtern. Ich habe eh so viel Hunger gerade. Der war gut, oder? So. Genau, und das war es dann schon wieder mit meinem Let's Play für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich würde mich sehr über Kommentare und Abbas freuen. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Oh.